Ja und herzlich willkommen zurück zu SaoPunk 2077, weiter geht's. Ich habe gerade noch mein Inventar etwas aufgeräumt. Ähm, wie man hier sieht. Und auch die Kleider wegräumt, andere Dinge und so weiter und so fort. Und ja, mal schauen, was wir heute so machen. Wir könnten mit der Hauptmission weitermachen, also mit der Hauptstory. Da geht's allerdings, glaube ich, mit zwei oder drei Aufträgen sogar weiter. Trifft sich mit Takemura, begibt sich im Afterlife. Okay, ich dachte, das hätten wir recht gemacht. Naja. Der Name in HQ ist eine Mission. Tarot, Graffiti, Kirk. Beat on the Bread. Psycho Killer. Mr. Hands anrufen. Ähm. Ghost Town. Ja, gute Frage, was wir heute machen. Ich würde, glaube ich, einfach mal zum Afterlife gehen. So, die Mission, die wir jetzt hier ausgewählt haben. Dass es am nächsten ist. Begebe ich zum Afterlife. Du wirst Hellmann finden. Dann würde ich im Afterlife anfangen. Ja, der Schubben hat sich über die Jahre ziemlich verändert. Aber eines bleibt immer gleich. Wenn du eine Frage im Kopf hast, die dich nicht loslässt, geh ins Afterlife. Denn dort wartet immer irgendjemand, der die Antwort kennt. Wenn der Preis stimmt. Und wenn dieser jemand auch noch Rogue ist, kriegst du eine unvergessliche Begegnung. Obendrauf. Dann machen wir das doch mal und gehen zum Afterlife. Und ich bin gespannt, was ich da zählen habe. Wenn wir auch Rogue checken. Und dann möchte ich in naher Zukunft sicher mal mit Phantom Liberty anfangen. Weil ich da ziemlich gespannt drauf bin, was es da wirklich zu sehen gibt. Wie hier in Dogtown aussieht. Wie die Missionen aufgebaut sind. Ja. Sicherlich interessant. Und hat viel Neues, was man decken kann. Was ich ja auch noch nicht kenne. Da schenke ich unser Auto. 300 Meter, da laufen wir mal hin. Heute gerade nicht so schönes Wetter hier draussen. In Nancy. Aber damit muss man halt leben. No. Ja, sorry. Da sind wir doch auch schon. Bis Afterlife. Hey, keine Fotos von mir. Geht es eigentlich hoch? Sorry. Sorry, sorry. Okay, ne da oben ist nichts. Und nur mal kurz schauen. Aber gibt es hier unten noch was? Ah, ein Graffiti. So. Yes, what's up? Die Herrscherin. Die Herrscherin ist die Karre der Weiblichkeit und Mütterlichkeit. Sie ist gebieterisch, weiss was sie will und legt sowohl Eleganz als auch Sinnlichkeit an den Tag. Die Herrscherin steht für Kreativität und Wachstum und lehrt uns, unsere unterbewussten Antriebe nicht zu ignorieren, sondern auf unsere Intuition zu vertrauen. Da haben wir jetzt schon ein paar Graffitis gefunden. Ne, wirklich nicht, sorry. Lea, oder? Wo geht eigentlich das hin? Danke sehr. Ja, nicht gerade, nicht, sorry. Also erstmal. Du hast gesagt, ich bin mit deinem Geburt gestorben. Das weißen Sie nicht. Hey, Loverboy. Let's do it. No, this trouble, the net around me, you won't. You know it. I lost everything. Let me be plain. Again. Solve your own problems. Clean up your own shit. Go fuck yourself. Be careful who you bargain with. Okay. Rogue, wanted to talk. It's okay. Donkey, donkey. Hmm. Not here, not there. Who are you? Name's V. And what is it you want, V? All these years, it's really her. Fucking Rogue. Just kicking it back on a couch in the afterlife. Don't mess with her. She's got MRI. See right through you. Give her the truth. Girl, what was her prank? Why didn't you ask her? Might still be around, sniveling in a corner. Into your services. Gotta track a guy down. Andres Hellman, hot shot engineer, works for Arasaka. Milisek. Andres Hellman. Pinpointing for me? Oh, thanks. Jumping too soon. First, my help's got a price. Second and third, Dexter Deshawn. Jackie Wells. T-Bot. Multiple bells ringing, V. Left a lot of bodies behind. Death walks in your wake. Chalk that up to bad luck? There's the bitch I know. Ask her about Sokka Tower. How they shot me up right in front of her. They knew the risks. All sorts of shit happens. To all sorts of people. Even to the best. To you too, Rogue. Arasaka Tower. Remember? Who'd you lose back then? Johnny something? Ah. You came prepped. Course. Anyways, feelings be damned, I've always said. This is pure biz. You need my help. So get those Eddies ready. Mm-hmm. See. 15,000. Uh-huh. And if I don't have the scratch, it's fuck off and have a nice day. No. More like come back when you do. Them's the breaks. Mm-hmm. Then, see ya. Soon. You know where to find me. Na gut, haben wir eigentlich. Wollen schauen, ob's da auch eine andere Option gibt. Aber gibt's offensichtlich nicht. Daher... Take my money. It should be enough. Mm-hmm. Come back tomorrow. We'll talk. Wow. Okay. What if Rogue bereit ist? Johnny, was zu sagen dazu? Nicht. Okay. Hey, interested in some work? Doing what? A business opportunity. Cargo transport. Get from A to B, quick and quiet. Interested? Yeah, but damit haben wir nichts so gut erfahren, wenn ich ehrlich bin. You ought to run this by a fixer first. Fuck the middle man. They're cash-drained. Attitude like that won't get you far in this line of work. I don't need a consultant. I need a transporter. Will you do it or not? God, it's him up. I'm listening. It's simple. You go to the Kabuki waterfront, collect the package, give me a call, then I tell you how to deliver it. Very straightforward. Mm-hmm. Everything except my pay. Don't worry. There's a bonus in it for you. Imported and duty-free. Duty-free and detail-free. Yes, but altogether fair. It's a simple job, generously compensated. Do you accept? Okay, not enough, track me. Bart and Dennis Cranor. Dann würde ich sagen... Äh, da gebe ich... Big in Japan. Begibst den Slums am Rande von Kabuki. Das Paket finden und von A nach B bringen. Klingt einfach, oder? Aber warum tut's da nicht auch ein Postboten? Und warum den Fixer auslassen? Irgendwas geht da nicht mit rechten Dingen zu. Wie? Tiger Claus, haben wir das schon gelesen? Ich glaube nicht. Night City ist ein Schmelztiegel der Kultur und Ethnien. Aber Chinesen und Japaner haben den wohl grössten Einfluss auf die Stadt. Dazu gehören auch die Tiger Claus. Als Gang sind sie gut organisiert, effizient gerissen. Aber auch absolut unberechenbar. Ihre Geschäftsentscheidungen sind strikt rational, aber wenn es um ihre feinde oder illoyale Gangmitglieder geht, sind ihre Methoden mitunter erschreckend. Die Tiger Claus arbeiten vor allem von Chapantown, Little China, Kabuki und Charter Hill aus. Ihre hauptsächliche Einkommensquellen sind Nachtclubs, Casinos und Braindance-Bars. Die Menschen von Night City amüsieren sich gern und keine andere Gang weist, diese Tatsache so gut auszunutzen wie die Tigers. Da wir ja sowieso warten müssen und hier einfach heißer gehen, würde ich sagen, machen wir diesen Nachtclubs ganz kurz. Ich bin jetzt ein bisschen länger, Chuu. Ripper ist auf der Weg. Oh, fuck. Oh, Rottenluck. Why aren't we at the hospital? Might not come after us. Oh, fuck. Say something, Schell. Anything. What do you mean you're not coming? You're coming, dog. You'll be here in five minutes, flat or... Fuck! I am Disordent. I am Disordent. What the fucking hell, Talsi, if you could do my afterlife? Ich glaube, der Typ ist tot. Ach, Live-Surf. Der andere von mir geht das Ganze. Wie gesagt, da wir sonst warten müssen und einfach so die Zeit verstreichen lassen, machen wir doch mal diesen anderen Auftrag. Und kommen dann wieder hierher zurück. Kannst du auf die Karte hier klauen? Na. Ah. Ich denke mal wir treffen diesen Dennis sowieso wieder im Afterlife an und gehen dann einfach nachher. Wenn wir diesen Auftrag erledigt haben, wieder dorthin zurück, in der Hoffnung, dass Rogue unsere Informationen hat, die wir brauchen. Ach komm schon! Für dein Fahrzeug konnte ich nämlich beschädigt und explodiert es irgendwann, wodurch alle in den Saßen stehen. Vielen Dank für die Aufrufe! Ist das richtig? Das ist doch falsch wo wir hier sind. Das wäre der richtige Auftrag! Oh Mann! Aber jetzt sind wir schon hier! Naja komm! Was ist da übrigens unser schönes, neues? Okay, look! Oh Mann! What the fuck! We get the pillow! Der vibriert! Äh unsere schöne neue Nachkampfwaffe wollte ich sagen! Schön! Der vibriert einfach die ganze Zeit! Leser! Osamu, Gosho und Hideo, Nishio! Hideo, du musst für mich ein paar Bullen kastrieren. Erinnert sie daran, wie, wo ihr Gebiet aufhört und was und unseres anfängt? Klar mach ich! Redwood! Bestanden! Sieht so aus, als ob das geklappt hätte. Archivierte Patrouille. An alle Einheiten in Westbrook. Ich wiederhole, an alle Einheiten in Westbrook. Hier ist 2891 1020 Westbrook. Warnet ihr zu Redwood Street in Chapentown, der Befehl laut unserer Präsenz in diesem Gebiet zu verstärken. Die Anweisung kommt direkt vom Chief. Nach Chapentown? Allein? Erbitte weitere Einheiten zur Unterstützung. Bitte abgelehnt. Hat das irgendwas mit der Wahl zu tun? Da drüben ist Tigergebiet. Verweigern Sie den Befehl? 2891, melden Sie sich. Negativ, ich werde den Befehl ausführen. Dämlicher Chi. 2891, bitte wiederholen. Scheisse, nichts, nichts. Verstanden. Das ist aber kein Polizist. Oder doch. Okay, rein geht's nicht. Gut, dann haben wir halt das kurz mal erledigt. Shit, ich hab's gerade im Augenblick gesehen. Fuck. Und dann gehen wir jetzt dorthin, wo ich eigentlich hinwollte. Manchmal ist das Navi etwas komisch. Sorry. Sorry. Genau. Fuck. Fuck. Das Lied. Nice. Die Musik in Cyberpunk ist einfach immer wieder nice. Egal welchen Titel man hört. Okay. So. Ah, wären wir da so. Allerdings ist leider schon wieder Zeit. Ich würde sagen, wir schauen uns zum nächsten Part an, was uns hier erwartet. Vielen Dank fürs Zustand und bis zum nächsten Mal. Tschüss. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. All these other things are aüc. Yes. Everyone's right. What I do for this is that this one in Japan has all got a better place to live in . Nichts? Yes. 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 Jan. Das sind die forgive. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.